Liebe Leute, herzlich willkommen bei einem neuen React hier auf Pismit TV. Hallo! Heute mit Bram und Jay und mir. Und wir sind dabei, die guten alten Adi Hasmid nachzuholen. Dementsprechend 5 und 6. Wie alt sind die? Die sind schon ein bisschen älter. Die sind schon ein bisschen älter, ja. Die sind ein bisschen kürzer, deswegen geben wir uns heute 2. 2010 sind die. 2010. Guck mal. Aber bei Datta kenne ich doch noch, wie wir da mit dem Go-Kart durch die Gegend geeiert sind. Ja, du hast eine gute Erinnerung von vor 13 Jahren. Stark. Mein Charakter sitzt wie Sepp vorm Lenkrad, wenn er vorm Lenkrad geht. Wie warst du das denn? Let's go! Oh Gott, nein! Busch! Arschloch! Wir müssen schnell hier weg, denn ich habe gerade einen Luftschlag hier geordert. Oh, das riecht schneis, Junge! Da krieg ich doch nix dafür! Da krieg ich doch nix dafür! Wir sind ja transparent. Ja, jetzt sind wir auch wärmer. Jetzt, äh... Haben Sie schon gezeigt? Nein, ich habe diese Lache! Oh Gott, der durch die Luft war auch da. Ey, ich hasse sie. Ich hasse sie abgrundtief. Ja, ja. Jeder freut sich. Alle sind geil. Guck dir an, wie wir hier geil sind! Ich bin auf die Huren gekommen. Unsere Nippel sind hart. Wunderschöne Wassermelonen. Das war so kalt. Ja, ja. Alter, oh! Das ist ja wie auf... 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 ...mais. Das war das Ding. Als ich den Pokal gesehen habe, habe ich auch gedacht, oh der ist voll süß mit diesem... Dick, so. Der erinnert mich so an meine Zuschauer, so. Die sehen auch ein bisschen so aus. Ja, guck mal. So, wir geben uns ab. Die kenn ich, die Rollen. Die sind im Yoga super verbreitet. Die sind arschteuer. Duplo, 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 Duplo! 50. Geil, ich habe keine Ahnung, was das ist. Viel Spaß daran. Duplo! Du bist doch ein Fixer. Das ist doch so sehr. Oh! Spül, 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 spül. Nee, ist doch nicht okay. Spül, spül, oi, oi! Oi, oi! Oi, oi, oi! Okay, der tötet sich auf jeden Fall selten, oder? Fünf rum. So. Ihr Ficker, ihr Ficker! Darum macht der ihn. So, die Frage ist, wie gewinnt Peter heute? Sehe ich da ein Muster? Das könnte ich so oder so. Ich habe Kopfschmerzen auf einmal. Zwei, 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 zwei! 78. Ah. Es läuft einfach gar nicht mehr für Peter, er ist so am Arsch. Mittlerweile bin ich für Christian. Was ist denn das jetzt? So ein Witz, ich hätte doch gewonnen. Peter, ich überschlag mich! Ich überschlag mich! Alter, wie geil war das denn? Mega, mega, mega! Süße, mega. Ja, mega, oder? Also, irgendwoher weiß ich, wo der Kleine das her hat. Ich bin auf dem Dach. Wie verhält man sich denn am besten? Oh, die Anfänge, ne? Die laufen nur nicht seitwärts. Die laufen nur nicht seitwärts. Wieso guckt der mich die ganze Zeit an? Ich werd die mal ein bisschen ablenken. Der hab ich getötet! Ich glaub A, D laufen ist wirklich falsch, oder? Okay! Eckstein, Eckstein, alles muss bestellt sein. Mittlerweile ist das, glaub ich, wirklich egal. Kannst loslaufen? Nee, noch nicht. Wie mein's, egal? Glaub mittlerweile laufen die auch schief, die Bots. What? Echt? Echt? Also, ich hab immer noch auf A und D nix mehr. Na gut, okay. Vielleicht versuch ich euch auch noch reinzubeten, dass ihr dann nächstes Mal einfach zu fahren seid. Nee, wegen Kopspiele muss ich immer mit QWE spielen. Weil A und D funktioniert bei mir nicht mehr. Aber selbst da verballer ich manchmal, wenn ich Kopp und danach auch immer spiele. Ist ganz schlimm. Verdammt für neulich. Ach, das war ich selber. Nein, du hast mich gefunden. Ich hab's nicht gefunden. Ich hab's nicht gefunden. Ja, du hast erst... Christian ist zu mir gelaufen, der Dulli, ey. Du bist ohne Angst noch, ey. Ich hatte ein rechtes Gutes von Steff und Zecker, Alter. Als hätte ich jetzt noch zu selbst gefahren. Alles zum Himmel. Das Anlöszeichen von Schadenfreude verzerrte Fratze eines Jonathans. Du bist so n Schmock. Aber weil da ist nix gewesen, ja? Weil da ist nix gewesen. Kann ich das eigentlich... Oh mein Gott, oh Gott. Darmkrebs. Unser Gesundheitscoach sagt, was Sache ist. Okay. Wir braten jetzt kurz die Hähnchenschenkel noch von beiden Seiten ein bisschen an. Oh Gott. Zwiebeln rein. Nehmen wir uns noch 250 Milliliter Wasser. Zwirren wir das ein. So, und jetzt packen wir den Reis da rein. Jerry, du bist ein Perversling manchmal. Aber eigentlich ganz geil. Kann man machen. Aber du bist stolz auf das, was ich gegessen hab? Let's geteber der Lohnheit zum Kopf seiner neuen Folge. Kommt zu die Waffenspiele. ins Gesicht. Auge? Warum denn Auge, Junge? Aaaaaaaaaaaaah. Holy fuck. Oh, komm, geh die Leute weg los. Das ist voll doof. Das können nur da sein müssen. Das Mario kann nicht hin, du verschmutzt. Nein! 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 Da war ich doch nicht den Kompressor. Mit zwei Punkten hätte ich letzte Saison das ganze Fahrerlager gefickt. Okay, ich flashe drei, zwei, eins, go! Hinten links in der Ecke! Boah, der hat mir aber nicht mehr gehört. Oh, was? Was? Ja, alles klar, dann melde ich die einfach schon mal. Also. Ist doch unfähig, Bram. Danke. Er nennt einen Tanz- oder Musikstil, der in Kuba erfunden wurde. Rumba. Da wollte ich aufdrücken. Rumba ist richtig. Cha-Cha-Cha. Cha-Cha-Cha ist richtig. Okay, was war die Frage noch? Ne. Every night is a dream. Wie hieß der Anführer der indischen Unabhängigkeitsbewegung im 20. Jahrhundert? Dalai Lava. Ja. Da komm, muss ich mir auch mal ein Bier. Let's go. Der Peter sich jetzt überzeugen lassen, musst du ein Bier zu trinken. Ich wollte eigentlich, äh, ich muss morgen Alkohol trinken und übermorgen Alkohol trinken und diese Woche musste ich auch schon Alkohol trinken. Ohhhh. Da musst du morgen trinken. Äh, ich hab das hier ist kein, ähm, das ist kein Whisky oder sonst irgendwie Kram, das ist Wein. Bist du dann jetzt weg von Gin? Ne. Peter. Ahhhh. Komm, wir machen was Bier. Wer ist oben nominiert? Äh, rechts der, in der Mitte. Wer hat gewonnen? Der hat kein Glück. Der steht jetzt auf. Soll diesmal ich Jens gar nicht machen? Hahahaha. 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 Oh, das war schön. Der DCP war lustig mit Kameras. Oh ja. Was ist denn das für ein Kameramann? Hahahaha. Das haben die leider nicht beibehalten. Servus, hallo. Muss man ganz ehrlich sagen, das haben die leider nicht beibehalten und... Ich hab auch manchmal das Gefühl, die nutzen unseren Stream so ein bisschen für, äh... Wir sind die Beta-Tester von dem DCP. Hahahaha. Also, das ist immer einmal lustig und dann wird das korrigiert und dann... Ja. Muss man wieder was neues haben. Warte mal her. Ah ja. Sechs fehlt natürlich auch noch. Äh, machen wir gleich weiter. Willkommen, schön, dass ihr angeschaltet habt bei einer weiteren Unter-Online-Challenge. Brandneu mit mir als Moderator. Mein Vater, der will mich jetzt anrufen, aber der muss jetzt mal warten. Heroin ist super für mich. Schwierig. Hör auf zu schreien! Ich bin dagegen! Oh, dann ist der kompletter Skill hier! Oh boah! Richtig ehrenlos hat er dir die Vorhaut genommen, Junge. Was war das? Ich! Ne Fläche macht irgendwie nicht so viel Sinn, wie ne Wohnung abzumessen. Was? Aber in der Wohnung ist das natürlich auch ne Fläche. Oh, was? Der ganze Hölle ist ein Ratzinger. Lol, das ist... Pass auf! Ich kenn das aus Final Fantasy 9. Da ist das ne böse Eule. Ohohohohoho! Ja. Der Ratzinger. Mann, Alter, wie lange lebt der nach, ey? Ey, was ist denn das? Wurdest du mit zwei rechten Händen geboren, oder was? Kommt das? Wo ist er hin? Ne, das ist der Papst gewesen, Chris. Also passiert nix. Was? Nicht? Hast du nicht gerade darüber geredet? Ne? Wo kommt das her? Der Ratzinger? Also das hat... Wo war das im Video? Damit Ratzinger der Papst gemeint ist... What the fuck? Ich bin gerade mega verriert. Ist mir schon unbewusst. Ja, ich war gerade... Okay, das war glaube ich gerade im Video. Ich weiß nicht, was du meinst. Warte mal. Mann, Alter, wie lange lebt der nach, ey? Was ist denn das? Wurdest du mit zwei rechten Händen geboren, oder was? Wo ist er hin? Ach so, jetzt war... Ne, ich meinte, ob da das Intro herkommt. Was er jetzt später immer hat. Ah. Weil auch die Mucke gerade dafür läuft. Ah. Ach, Gott. Da hab ich die Verwirrung wieder verwirrt. Ja, genau. Neun. Da ist das ne böse Eule. Ohohohoho. Mann, Alter, wie lange lebt der nach, ey? Was ist denn das? Wurdest du mit zwei rechten Händen geboren, oder was? Was? Wo ist er hin? Wieso passiert nix? Ist das kaputt? Das ist er hier nicht. Nein! Alter, der kommt aus Zins. Wie ihr da gelönt habt, Alter. Hallo. Zins ist da raus wie so ein Horrorfilm. Ich lass mal die Leine ein bisschen länger. Ich weiß nicht, was hier kommt. Oh Gott. Das sieht alles gut aus. Das sieht vernünftig aus. Hier links. Oh, bitte nicht umfallen. Nein. Das ist schlecht. Das ist unüberquerbar. Das ist unüberquerbar. Dieses Gestrüpp. Der Baumstamme hat uns besiegt. Dieser scheiß Nippel da. Warum bin ich denn am Arschloch? Ist das alles anstrengend hier? Zimbosex. 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 Boah, das war jetzt gut mein Christian. Ich war tatsächlich... Ich war wirklich auf dem Weg zur 3. Aber jetzt nehme ich die 4. Haben wir halt immer noch gewinnen. Jonathan... Deswegen hat er die 4 genommen, damit er sich... Das geht bei dir. Damit er keinem anderen... Oh Gott. Was ist deine Position-Plane, Peter? Ja, aber das hat nicht jeder das eigene genommen. Das weiß ich. Jeder nimmt die 3. Die nimmt die 3. Das sag ich doch. Und damit haben... Wenn es die 3 jetzt ist, Christian, dann habe ich mich verstanden. Damit hat jeder etwas anderes genommen. Peter hat gesagt, er weiß das. Das heißt, ich habe Peters genommen. Alles richtig. Und da eine 50-50-Entscheidung war, war wahrscheinlich die 3. Oh shit. Also... Oh shit. Lösen wir mal auf. Ihr habt alle verschmäht den richtigen Slogan. Peter rasiert dich für die Map. Nice. Alter, ich bin bei einem Checkpoint weit. Boah, du bist ja richtig krass. Ich rasiere die Map durch. Aber gute Map. Ich fand die beschissen. Der letzte Sprung, Dalu. Alles ist Sprung. Kommt einfach auf die Weite an. Die Geschwindigkeit, Mann. Alles ist Sprung. Alter. Jetzt mal Butter bei der Fische, ja. Wie immer, gucken wir, wer am weitesten kommt ohne zu sterben. Ich hoffe, das Spiel eignet sich gut dafür. Das werden wir gleich sehen. Ohne Papierabkram, Alter. Das war voll schwer. Er dreht sich um und haut mir mit seiner riesen Fleischpeitsche einfach ins Gesicht. Nein, das war so knapp. Dieser Sprint ist halt super wichtig, aber der ist so blöd auf dem rechten Trigger gelegt, dass ich den viel zu selten benutzt habe. Aber der ist halt super stark. Ja, weil du in der Zeit halt IV Frames hast. Mein Pimmel ist so klein und friert gerade ein. Ich hab' nicht verstanden. Ich hab' nicht verstanden. Ich hab' nicht verstanden. Ich hab' nicht verstanden. Ich verstehe das nicht mal. Ich weiß nicht, was das ist. Das sind IV Frames. Ich weiß nicht mal, was das ist. Das sind unbesiegbar bist in der Zeit. Ja, okay. Ah, ha. So wie Rollen bei Dark Souls. Also Invincible Frames, so genau. Wie bei Dark Souls. Warum ist der kleiner geworden? Frames, du musst dich erst warm Fingern. Ich geb' wieder frein. Komm, 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 komm. Wenn Sepp fertig ist, wenn er danach noch kommt, ist es immer das Beste. Ähm… Ich bin gekommen. Geil. Hier ist Erschließungskommando-Time. Peng 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 Wir sehen uns im nächsten Video nochmal in der Folge. und die wird dann genauso spannend. Mega, 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 mega. Das Tierwohl steht an erster Stelle heute, möchte ich betonen. Na klar, so wie immer. Dass hier keine Wildunfälle gibt, dass wir was platt fahren können, das ist traurig. Boah, bin ich einfach blind wie ein Fisch. Das ist kein Sinn, Fische blind? Was? Ja. Das musst du halt entspannt angehen. Alter. Wenn du das nicht entspannt angehst, dann hast du quasi schon verloren. Ja! 88, bitte was? Ich bin eine kleine Rehkuh. Ich möchte gebumst werden. Das ist Französisch, Konnichiwa. Gehört auch zu einer Redensart, dieses Wort. Das ist mein... Nimm es. Nimm es. Mit sieben Buchstaben ein Blasinstrument. Fünf Buchstaben ein Streichinstrument. Der dritte Buchstabe ist ein L wie... La 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 la. Der vierte Buchstabe ist ein L wie li 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 li. Hello, Violine. Mit sieben Buchstaben einen Start in Ostafrika. Lesotho ist nicht gesucht. Das geht nicht weiter. Was? Oh Gott! Oh Gott! Autsch! 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 Au, au! Was? I am the god of hell's fire! And I bring you fire! What? Jawoll! Go shoot! Was? Was! Was? Was ein move, ey! What war ja weinig! Holy shit! Autsch! Autsch! Diesen Ring wenn ihr folgen. Autsch! Autsch! Gefährlich! Ich hab keine Ahnung, wie Jonathan ist. Auch nicht, aber der hockt in irgendeiner Ecke, der wird sich keinen Zentimeter bewegen und wird wahrscheinlich mal näher der Mobbel sein. Alter, jetzt hab ich Klingel aus. Ich hab mir auch nicht mehr rumgekleckert. Au. Wart mal. Oha. Alter, Grafik wie bei Mass Effect. Was ist das denn für ein Spiel? Weil wir einmal Geld haben. Weil wir gleich viel Geld haben. Wir müssen nicht leisten, wenn Leistung bezahlt wird. Ja, aber dann hättest du doch nix. Gute. Tschüss. 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 Oh, da musste jemand auf Klo hoch. Das ist richtig. Schön. 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 Lange, lange ist es her. Das war sehr schön. Vielen Dank fürs Zuschauen. Mega. Mega. Und bis morgen. Tschüss. 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 Tschüss.